wir waren dermaßen in unterzweih da 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 hopp nun rennen wir top das lohnt sich gar nicht, Fiora lebt schon wieder die abscheulichen Flage hm 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 ich bringe Gerechtigkeit da hat sie uns weggevögelt da hat sie uns weggevögelt oh Gott, links und da füllt der Inhibitor immer weiter und mit der Tumpe fallen ich kann nicht zwei Tumpe gleichzeitig verteidigen das Fiora ALTER HAUT DIE EIN DAMAGE leck mich am Arsch im Namen des Königs im Namen des Königs das ist so gut das ist so gut des Königs das ist so gut die müssen die wird wieder weg gelaufen der KMD kommst du dir nur nicht so freundlich das ist doch ein witz 2000 physical der menschen basic attack jane ist klar bezahlt von dornenpanzer und die ist schon wieder voll alter der tründer von denen kann nix der war aus von denen kann nix der gern kann auch nix der setzt den ulti am anfang ein erkenntnis und mittel boah ist da zum kotzen oh ja dornenpanzer hat sich gut an auf jeden fall würde ich mir jetzt einen dornenpanzer ist doch relativ günstig mit 2000 auf jeden fall aber relativ günstiges naja sind keine creepster da kommt fiora verpiss dich alter wieviel damage die mir reindrückt und fokus die bloß nicht zuerst dafür bleibt ich viel zu lange am leben so machst du nix 1500 die kommt nicht mal auf 100 damage plus wie hat die denn bitte 300 wieviel damage die macht wie die die turbo wechselt ja sicher die kommt ziemlich genau auf 100 123 ja wie sollte die denn bitte 300 damage plus das dürfte geruht sein das dürfte geruht sein ja das dürfte geruht sein auch das dürfte geruht sein ja 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 ich Der Gegner wurde getötet. Doppeltöbel. Sehr schön. Ohne Fahrzeug. Wäre cool gewesen, wenn ich davon eingekriegt hätte. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Lüchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Der Sieg wartet. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich zeige euch, was ich habe. Ich bin bereit. Loll, jetzt kriege ich am Sack. Machen. Ich bin bereit. 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 Dornenpanzer. Dornenpanzer FTW, Junge. Ich habe mir den gerade noch gekauft. Jetzt drehen wir das Spiel noch um. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin bereit. Immer weiter. Das ist ja das Schlimme, wenn du die Einzelnen erwischt. Weißt du, können die Nächste. Machst du die sogar im 1&1 platt. Aber Fiora. Alter. So. Scheiße. Ohne Scheiße. Fiora geht gar nicht. Die drückt einem so viel Damage rein. Nein, das finde ich nicht. Sehr gut. Jetzt geht die auch drauf. Sehr schön. Damit haben wir ein weniger zu verteidigen. Ja, haben die weggevögelt. Äh, ja, kommt mal zurück. Oh, da sind zwei. Please do come back. Ich weiß es doch. Na ja, und Sack. Links kommt ganz viel. Hm. Hm. Ich weiß es auch. Und unten kommen die Typen. Und unten kommen die Typen. Das ist echt super, wenn der Kaki dabei ist, wie du kein Viech kriegst, ey. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Spielt gut. Ja, was kaufe ich mir dann? Ja, ja, ist ja gut. Halt die Fresse. Fiora und Co. kommen durch die Mitte. Sehr gut. Weißt du? Der sagt mir, ich soll mich zurückziehen und rennt dann nach vorne und macht die Creeps. What the fuck, ey. Hey, du Baron. Ja, das macht die Fiora wahrscheinlich alleine. Da ist Fiora. Wofür gehen wir denn zuerst? Oh, Fiora, du musst lecker vögelt werden. Ja, das geht doch ganz gut. Was? So, jetzt kann man durch die Mitte noch ein bisschen pushen. So, nein, nein. Ne, nicht Baron machen. Dann machen wir Baron und dann pushen wir doch danach wieder nicht, weil wir jeden hin und her tanzen. Ach, komm, ey. Recht hast du. Ach, immer der gleiche Scheiße, komm. Na, jetzt leben sie wieder. Mal gucken, wie weit wir pushen. Gar nicht weit. Vielleicht kann ich ja einmal auf den Turm drauf fahren. Das ist mir egal. Ja, wenn wir doch noch gewinnen, wäre das ein richtiger. Das steht natürlich noch aus der Frage. Genau, aber wir haben jetzt Barren und können wieder nix machen. Wir hätten zwei Türme kaputt machen können bis zum Inhibitor, aber wir haben Barren gemacht. Und wofür? Dafür, dass wir jetzt wieder hin und her laufen. Oh ja. Genau dafür. Da kommt Fiora und jetzt werden zwei Leute sterben von uns. Oh. Enemy Double Kill. Komm schon, die war ja mein Kill, die Fiora. Och, Menno. Jetzt habe ich mein Ulti gezündet für gar nix, ey. Oh, man könnte jetzt wenigstens den Turm machen. Können wir? Ja, drei sind tot. Oh, das Turm machen, oder? Oh, jetzt können wir den Turm machen. Alter, der macht hier gerade unseren Turm, wenn sein Dings kaputt war, der backdoigt uns. Alter. Darf ich nicht. Hat er uns weggefüriert von hinten. What the fuck? Das war... Fail. Hahaha. Na ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Entscheidungs nu selber. Oder podob. choler. All Vergessen. Natürlich. ...